Wo fahren wir hin? Wir fahren in Luis. Luis, wo fahren wir hin? In so'n richtig scheiß Stadion fahren wir. Boah, guck mal hier! Verlichtung angemacht. Jetzt musst du besser sein. Oh ja, klare Veränderung. Ich fahre nach Dortmund. Wie findest du das? Ich weiß eigentlich gegen meine Ehre. Haben wir's? Haben wir einen Parkplatz gefunden? So knapp vor Spiegel ab, ne? Oh, nee! Auch nicht der Warrior gerade angelehnt. Moritz, Dortmund-Fan, Bochum-Fan, Bayern-Fan? Hier ist Jonas. Ich hab so einen Marathon gelaufen, ne? Ich bin so im Arsch. Das ist geistig. Ich find's sehr schön bis jetzt. Hat eine gute Anreise. Haben gute Fänze jetzt hier. Sitzen jetzt hier seit einer knappen halben Stunde. Ist schön, ne? Ach, ich steht 1-0 Atletico. Atletico ist ja ganz schlimmer für einen meiner Meinung nach. Jaja! Behindert, krass, erkennt man übel gut. Boah, die Männer da hinten. Dann aus dem... Dennis! Ohhhh! Resümee zum ersten Halbzeit, Moritz? Die erste Halbzeit war vor allem am Anfang ziemlich ausgeglichen. Der fokussiert nicht. Oh, nee! Wir werden jetzt versuchen, oder die Mannschaft wird jetzt versuchen, stärker aus der zweiten Halbzeit herauszukommen und jetzt auch das Spiel zu machen. Jaja! Mach richtig, aber zeigen, dass man da ist! Du hast auch Bock, oder? Ja! Halbe Stunde hierhin gefahren, nur einen Wassersprengler zu sehen. Fühlt sich hier zu Hause? Fühlt sich hier zu Hause. Wie ein Wohnzimmer. Wie ein Wohnzimmer. Wie ein Wohnzimmer. Weiß ich nicht. Sei ehrlich, auch weil es groß ist, aber kann man sagen, es ist eine Frau. Es ist halt groß, Digga. Ist auch der einzige Vorteil, dass es groß ist. Jaja! Statement zum jetzigen Aufenthalt hier. Ja, wir sind natürlich jetzt schon eine ganze Weile hier. Wir sind super, ja. Das Ergebnis bricht natürlich noch nicht für uns, aber ich bin ein guter Dinger, dass ich das in der Zeit... Oh, guck mal hier! Gute hier ist noch Rohr. Krieg verendet! Ende! Ist Ende! Das ist alle! Das ganze Staat in auf einmal Ukraine geworden. Stopp den Krieg in der Ukraine. Wir haben Abwehr bekommen von den Sitzen. Koulibaly spielt auch bei Dortmund, oder? Klaus, bester Mann. Bis jetzt noch nichts passiert. Mach mal ein! Das ist die 1&1 Lounge. 2-0! 4-0! 5-0! 4-0! 4-0! 10-0! 11-0! Oh-oh-oh! So, das ist die halbe Rollgänge, ich weiß jetzt nicht selbst! Dennis! Nandi, 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 musst du, du weißt selber. Nandi-Macher. Ja, unter dem. Da ist Nandi-Polle. Oh! Das ist kein Nandi-Polle. Bamba! Danke. Oh! Dennis? Oh! 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 Der Ball. Ja, bitte. Nandi, Nandi! Hinten! Du bist deine Eikene Scheiße! Ja! Es steht immer noch 1-1, äh 1-0, Atletico. 1-1. Die Frage ist, sind sie Macher? Die Macher-Frage. Die Macher-Frage stellen uns hier an. Ich sag mal, so langsam wird's dünn. Mit Schlick vorne rein, mit Schlick-Froissant. Die Macher-Frage stellen uns hier an. Der Ball! Baikor! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Komm dich, komm! Komm dich, komm! Hey! Hey! Ich lass doch noch auf meine Lange. Komm dich, komm! Oh! Ende! Ich kann unternehmen! Oh, guck mal, oh mein Gott, die deckeln die da unten weg! Echt hier? Wie viele, Digga! Renn! 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 Oh mein Gott! Die Brotböe! Verloren leider. Leider knappe Niederlage, eine 0-1 letztendlich. Das, was wir vom Spiel gesehen haben, waren natürlich die vollen 90 Minuten. Da war Dortmund klar überlegen. Athletic überhaupt keine Schritte eigentlich gehabt. Aber der letzte Durchbruch bis zum Abschluss hat dann leider gezählt. Ja, ne, auch ein neues im nächsten Jahr. Da ist die U19 wieder da, da greifen sie wieder an. Und dann mit den üblichen Verdächtigen, ja, wird da wieder nach dem Titel gefaltet. Ja, hier ist jetzt leider die Reise für die Mannschaft zu Ende. Aber es war trotzdem ein schöner Abend in dem wundervollen Stadion, dem schönsten Stadion der Welt. Scheiße ist das! War klar, dass wir verlieren. Halt! Nein, hier wird da einig gemacht! Moritz vor allem! Die trauernde Masse geht? Masse. Acht Leute bei uns. Ist das eine Masse hier, ein Auto, das ist ja auch sogar. So, jetzt sind wir hier, im Parkplatz angekommen. Was ist jetzt? Das ist jetzt hier ein bisschen komisch, ich fühle mich jetzt ein bisschen imbogen gerade. Endo!